Steam ist mittlerweile eine der erfolgreichsten Plattformen für Games geworden. Mit einigen Tipps kann die Verwaltung der eigenen Spielebibliothek in Steam sogar noch vereinfacht werden. Auch PC-Spiele, die über Steam installiert wurden, können ganz einfach zwischen Partitionen verschoben werden. Allerdings funktioniert das nicht, wenn der Dateiordner einfach nur auf die neue Festplatte geschoben wird, dann ließe sich die Installation nicht mehr ohne weiteres nutzen. Ein einfacher Handgriff innerhalb der Steam-Einstellung verschafft hier allerdings Abhilfe. Unter Downloads gibt es ein Button namens Steam Bibliotheksordner, der ein weiteres Fenster öffnet. Hier muss am gewünschten Ort ein neues Verzeichnis erstellt werden. In der Spielebibliothek gelangt man nun per Rechtsklick auf einen Titel zu den Programmeigenschaften. Im Reiter Lokale Dateien öffnet die Schaltfläche Installationsverzeichnis verschieben ein Fenster, in dem wir den Ordner für das Spiel auswählen. Nach dem Bestätigen werden die benötigten Dateien dann ganz automatisch an den neuen Ort bewegt. So praktisch Steam auch ist, die Plattform fabriziert auch jede Menge Datenmüll, der neben Mods, Add-Ons und Datenpaketen für die unterschiedlichsten Spiele den PC verstopfen kann. Mit dem kostenlosen Hilfsprogramm Steam Cleaner 2.3 lässt sich der Computer aber in Windeseile nach überflüssigen Spiele-Dateien durchsuchen. Die Software findet selbst Dateien, die bei normalen Deinstallationen nicht gelöscht werden oder durch Updates von Games überflüssig geworden sind. Aber aufgepasst! Unter den so aufgelisteten Dateien können sich auch wertvolle Speicherstände befinden, also vor dem Löschen lieber noch einmal einen genauen Blick auf die Liste werfen. Mit einem Klick lässt sich mit dem Steam Cleaner aber oft viel Platz auf der Festplatte freischaufeln. Über die Jahre investieren Gamer oft ein Vermögen in digitale Spiele. Um einen Überblick über den Wert des eigenen Steam-Accounts zu erhalten, bietet sich ein Steam-Calculator wie der auf der Website steamdb.info an. Hier wird einfach die Steam-ID eingegeben und schon werden teils schockierende Daten sichtbar. Etwa wie viel die im Steam-Account gespeicherten Spiele kosten würden, wenn man sie zum jetzigen Zeitpunkt kaufen würde. Aber auch die Gesamtzeit, die man mit dem Spielen über Steam verbracht hat oder wie viele der gekauften Games überhaupt noch nie gespielt wurden. Übrigens, wer nicht möchte, dass andere diese Dateien sehen können, geht in Steam auf Profil bearbeiten und meine Privatsphäre-Einstellung. Wird das Profil auf Privat gestellt, werden die Daten nicht mehr im Steam-Calculator angezeigt. Wer mit einem bei Steam gekauften Spiel unzufrieden ist oder zu spät merkt, dass der PC die Systemvoraussetzungen nicht erfüllt, kann das Game auch ganz einfach zurückgeben. Bis zu zwei Wochen Nachkaufdatum dürfen Spiele, die nicht länger als zwei Stunden gespielt wurden, wieder umgetauscht werden. Hierzu muss man sich einfach auf help.steampowered.com anmelden und unter Käufe alle Einkäufe anzeigen lassen. Nach einem Klick auf den entsprechenden Titel erscheint die Schaltfläche Ich möchte eine Rückerstattung beantragen, über die der Prozess eingeleitet werden kann. In der Endcard findet ihr jetzt ein Video mit Tipps, wie ihr mit dem PS4-Controller am PC zocken könnt. Weitere Infos zum Thema Gaming gibt es auf turn-on.de zwei Wochen Nachkaufgabe und zwei Wochen Nachkaufgabe und zwei Wochen Nachkaufgabe